Ist es vorbei? Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbude, nächste Aufnahme. Ja, heute gibt es ein Event auf dem Fischfleisch-Server, zu dritt wieder, zusammen mit Coolsurfer und Gommes Lehrling. Halt's Maul, wenn ich die Begrüßung mache, so jetzt darfst du reden. Ich will nicht sagen, aber wir lieben, kann man nicht für deinen kaufen, ey. So ein Kacke. Habe ich dir erlaubt zu reden? Nein, aber ich will nicht reden. Hast du nie erlaubt zu reden? Was ist das für ein Geruch? Ein Merkenfeld, das war eine schreiende Ziege. Schreiende Ziegen, jeder mag schreiende Ziegen. Was ist das für ein Geruch? Leute, die klassischen... Schreiende Ziegen. Übrigens, der Preis ist Rasenbausen. Äh, ein Schädel? Nein! Eine Schalker-Box? Da du es jetzt sagst, wieder nein. Hä, Mann, das... Schalker-Boxen, auch nur wo, sagen wir nicht. Was wäre es sonst gewesen, oder was? Vielleicht sogar, ja. Was denn dann? Was? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss ja noch ein... Ich muss ja noch ein... Ich muss ja noch ein... Ich muss ja noch ein Reis ausprobieren. Ich bin ja... 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 Dann gehe ich mal ein... Du bist ja genial, du bist ja genial. Ja, ich bin doch bald fertig, du... Und dann kann man... Ungefähr in ein paar Minuten... Dann kann ich doch nicht mal ein Kritt. Das hier gerade raus auf dich wie geil. Nicht lügen. Es ist wirklich witzig. Das ist von dir. Ja, darum geht's. Gute, ich hab' ein bisschen... Von der Wollezu. Schön für dich. Ja, ich bin ja eigentlich... Oh, ne Wolle. Können die die besteinen? Okay. Wir frennen die besteinen. Wir müssen nicht steinigen. Bestimmt fadrennen die mich besteinen. Warum nicht? Die fanden das toll. Die Lehrer haben das sehr gemocht. Kennt ihr das Spiel, bei dem ihr... Ach, ich erzähl's nicht. Ihr kennt ja das Spiel, bei dem ihr sterbt ja, Minecraft. Ah, Zombie. Hier kommt so scheiß ein Zombie mit. Ja, tötet ihn, mein Maskottchen. Ich hab mir so'n scheiß Schlägeole mal an die Leine gebunden. Der tötet jetzt den Zombie für mich. Hast du plötzlich die Schlägeole jetzt noch nicht zu mir vorgerufen? Schade. Wär zu schlimm gewesen. Wo hast du die gesprochen? Äh, auf dem... Keine Ahnung. Die hätten mir einfach keine Spuren hinterlassen, ich glaub die Bolen einfach schon gefüllt wird. Eher? Ja. Oder es gibt unten noch ein Update, bei dem... Also, ich hab schon welche gesehen. Ich mein, ich hab einen an der Leine. Das ist Misshandlung. Ich weiß. Das ist ja das Witzige. Ah, los, mein Maskottchen. Hilf mir. Nein, die Zombies greifen meinen Schneegolem an. Dein Schneegolem? Nein, der ist tot! Nein! Sag, sag mal. Nee! So, ich bin gleich fertig. Keine Ahnung. Sag mal, da greift mich grad so'n... Da greift mich grad so'n fetter Lappen an. Ich bin halt wirklich weckerlich. Das ist gut, ey. Oh Mann, jetzt ist mein Feld wieder schuldig. Ha! Easy! Es ist äußerst spektakulär! Spektakulär! Ja, Speck! Wie war das Beste? Spektakulär! Ähm, fast fertig. Und wie viel... Was für eine Innensucht habt ihr bei der Kuhfarm gemacht? Eine besondere. Ich hab gar nicht gesagt. Ich brauche die noch. Ich geh jetzt in's never, weil ich's kann. Was machst du? In's never games. Was ist denn mit dem Server falsch? Vielen! Ja, fuck, ja. Wir müssen noch tiefer. So. Warte kurz, ich baue mal kurz auch die Truhe für den Gewinner. Die Gewinnertruhe. So, die pack ich auch auf. Ich hätte nicht gedacht, dass die Truhe für den Gewinner die Gewinnertruhe sein könnte. Ich weiß, das ist seltsam. Eckerlhaft. Ja, mit CK. Wer hat den Goldblock abgebaut? Ich seh das. Ich hab das nicht abgebaut. Ich hab echt keinen abgebaut. Gut, dann warst du ja anders. Sicher, dass es kein Creeper war? Die können nicht kommen, Mann. So eine Mop-Cheving ist aus. Ist mir egal. Der hat den geklaut. Der hat den ja nicht zerstört, der hat den geklaut. Sag mal, noch mehr Zeug kriegst du auch nicht in den Chat rein, oder? Wie? So, der Gewinner hat's hier die Truhe. Was ist denn? Ich füllte mal kurz in dem Zeug. Ich wollte nicht denken, dass es eigentlich ganz geil wäre, wenn man's bekommt. Was ist denn jetzt der Preis? Ah, das ist seltsam. Ach, das erzähl ich euch sobald ich, sobald ich über den Kammers rein soll. Ich hab meinen Kackbunker. Können wir mal, kannst du, kann man irgendjemanden auf den Tag stellen? Der Jan ist der Einzige mit OP. Ja. Wir anderen haben Kammers. Ja. Und mir ist das eh egal. Ich bin im Never. Ich komm mal zum Spawn, ok? Nö. Mach das. St рес Art und Lad exact. Ich bin gerade bei dem Gewinnerdruck zu wüffeln. Und ich bin immer noch im Never. Und ich wäre fast in ne Schlucht gerannt. Ey, da werden die verloren. Das wäre was Neues. So, die Gewinnertruhe ist gefüllt. Zehn Diamanten. Ist das nicht ein bisschen okay? Ein Ortolot Sporn Egg. Drei Stecks Quismarine Sticks. Ein Steck Darts Quismarine. Und ein Block of Everett. Übertreib halt. Das ist cool. Was? Das ist dieser Obsidian-Kasten. Da bin ich gefragt. Ja, Knöppel ist der Obsidian-Kasten. Erstmal lagert jetzt alle eure Sachen ein. Äh, einen Moment. Ich würde da gerne erstmal aus dem Never weg gehen. Nein, ich meine. Nur lagert alle eure Sachen ein, wenn ihr könnt. Ich hab ja hier meine Truhe noch. Hier vorne am Sporn. Äh, Scheiß. Ich hab keine. Ich hab nur volle Truhen. Ich kann mein Zeug nicht lagern. Dann bauen wir neue. Hier. Wow, ich hab mein ganzes Holz verbraucht. Hier vorne am Sporn. Das sind überall Bäume. Ja, nee. Ist es okay, wenn ich so ein paar Blöcke und Pfeile im Inventar hab? Weil ich die nicht wegbekomme, weil die nicht mehr in die Kiste fassen. Jetzt kann ich hier kein Holz abbauen, weil hier noch so ein einzelnes. Warte, warte. Du hast jetzt eine Doppeltruhe. Pack rein. Ja. So, jetzt hab ich nichts mehr im Inventar. Wunderbar. Ich mach mir jetzt noch schnell eine Kiste. TP misch mal rein. Nein. Also wirklich gar nichts sollen wir dabei haben. Jo, danke. Willkommen. Kannst du nicht was das ist? Ja, leider. Ich will nicht spoilern. Ich will es gleich selber rausfinden. Ich hasse das. Ich will das super. Ich liebe diese Spiele. Nein. Ich will da gar nicht mehr so beschissen. Ich hab irgendwie Angst. Günther! Ja, sorry, dass ich mir erst noch eine Kiste Kraft muss. Nein, 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 nein. Günther, glaub ich. Du hast den Spiele. So, jetzt hast du eine Doppeltruhe. Yay. Da reicht's auch. Sonst hätte ich mir noch was machen müssen. Sag Bescheid, wenn ich dich telefonieren muss. Einen Moment. Oha, meine Eisenrüstung ist schon wieder fast kaputt. Und warum brenne ich bei mir immer noch? Ich bin gerade in Lava gestürmt, brenne bei mir immer noch. Ich nehme aber keinen Schaden. Ich bin soweit. Spreit? Ja, ich seh dich übernommen. Soll ich den PIN? Ja. Fick dich! Ich glaube, ich weiß, dass du das lieb, oder? Pisser. Ich kann nicht noch mal Essen haben. Ich bin nicht voll. Denkst du ich? Nee, ich hab eine. Ich hab eine. Kriegen wir noch Resistenztränke? Ja, du hast einen Goldapfel. Ja, du hast einen Goldapfel. Ich krieg auch einen Goldapfel. Ich hab meinen jetzt schon gegessen. Ist doch gut. So, wir brauchen die nicht. Oh, hab ich den in den Hand. So, ihr wisst nicht, das Spiel funktioniert. Ja, aber wir dürfen uns nicht mit den Schaufeln erschlagen, denk ich mal. Das finde ich mir. Das ist dumm. Das ist cool. Okay. Ich sag, wenn's beginnt, okay? Aber mit Counter. Hey. Jeder an eine Ecke. Jeder an eine Ecke. Jeder an eine Ecke. Jeder an eine Ecke. Ich geh in die Fünfte. Okay. Seid bereit? Ja. Ja. Ja, ist schon. Drei. Fünf. Eins. Go. Alles. Ja, genau. Sicher gibt's nur zwei Ebenen. Ja, gewonnen. Vor allem richtig nett. Ich war jetzt... Ich war halt als Letzter auf der obersten Ebene. Jan, das müssen wir nächstes Mal auch anders machen, weil ich war als Letzter auf der obersten Ebene und konnte gar nichts mehr machen. Cool Stuff hat einfach nur noch unter mir abgebaut und ich konnte nichts machen. Ja. Das war halt ein bisschen dumm dann. Oh, egal. Ich hab halt ewig in der Wand gewacht, während ihr unten reingefallen seid. Und irgendwo bin ich dann auch reingefallen. Okay. Eigentlich hast du die Gewinnertruhe abgeholt? Nee, noch nicht. Ich bin grad hier. Warte. Am Sport. So, ich muss jetzt den Helm hier alles wieder abbauen, ne? Könnten Sie das bitte, dass Sie mich zuschlagen? Kann ich die Schaufel behalten? Danke. Alles? Ja. Ja, hab ich weggeworfen. So. Ja, passt. So, geh jetzt an die Gewinnertruhe und hol deinen Gewinnertruhe. Du hast einen Ocelot. Deshalb. Ich hab nicht, dass alle Ocelot wollten. Und da ist auch deine ersten Diamanten Sinn. Macht's auch Sinn. Übrigens, ich würde dir die Blöcke gerne abkaufen. Was? Was? Diamant. Was? Diamant. Eisen. Nein, Diamant. Wie viel Winnertruhe? Eisen hab ich ohnehin. Ich erinnere, das glaubst du gar nicht, wie viel Eisen ich habe. Warum hast du denn nicht viel Eisen? Weil ich nicht so viel Eisen hab, das... So. Jetzt ist das weg und dieser komische Kasten, der bleibt hier so. Da kann man ja immer wieder neu nutzen. Der bleibt so, wie er ist. So und ich... Ganz ehrlich, weil ich keinen Bock hab, das nochmal neu zu bauen, baue ich jetzt schon mal das nächste Event rein. Machen wir dann in irgendeiner anderen Folge halt, logischerweise. Alter, wer war das? Was denn? Ich hab so ne geile Idee. Was denn? So ne geile Idee. Cool, Saffa, was ist denn? Irgendjemand hat in meinem Raum hier irgendwie halt... Das ist mein Lagerraum einfach in Schneegolem. Ist der nicht runtergelaufen vielleicht? Kann sein, ja, aber... Äh, ich glaub nicht. Ne, ne. Der kann die Tür nicht öffnen. Oh. Weil ich hab ihn nicht reingesetzt. Ja, was? Bitte. Ah, das ist ein Mist. Alter, was war das? Mann, du hast doch scheiß laut. Eigentlich wollte ich dir vorhin noch einen zweiten bringen. Das war der an der Leine, als du vorbeigekommen bist. Das willst du jetzt wegkaufen? Ja, ich kauf's gleich. Ich muss kurz einen neuen Wetter auf. Ich kann noch mehr essen. Ich brauch' ich eh nicht. Wunderbar. Ich hab' die für mich reingesetzt. Oh, ich hab' die für mich reingesetzt. Oh, ich hab' die richtige Katze. Warum? Ah, Penny. Die ist ne spezielle Katze. Die schwarze, oder? Ja, genau. Rassismus. Ganz ab? Cool. Ja. Meine Katze hat eins noch eins aus, wie diese Katze. Oh, braunes Schaf. Scheiße, hat meine Schere vergessen. Und meine Leinen. So. Aber ich bin nicht weit weg vom Spawn. Komm, spawnen sie. Wir wollen wissen, ob sie passt. Was ist das denn für ne Katze? Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht gezählt. Stimmt. Da gibt's den. Und ich muss dann auch mal mit der Folge aufhören. Ich hol mir nur schnell das braune Schaf ab. Und ich muss dann auch mal mit der Folge aufhören. So. Und die nächste Rede ist jetzt sozusagen sogar schon fertig. Alles klar. Ich weiß. Ja, ich weiß. Hä? Meine Leinen sind weg. Oh nein. Meine Leinen sind weg. Meine Leinen sind weg. Klasse, ähm, Trauer, finde ich jetzt mal. Oh, die ist cool. Ist eine meiner Lieblinge. Ja, ich bin cool. Oh, hehehe. Ja, okay. Alles klar. So. Wie gesagt, ich verabschiede mich schon mal für die Folge. Ich lauf jetzt nur noch schnell zum braunen Schaf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, aber die nächste. Das nächste Teil. Soll ich dann wieder die nächste Ding... Äh... Ah, nicht gleich jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt gleich. Ich meine nur warte. Ja, natürlich. Nicht jetzt gleich, natürlich. Weil ich hör jetzt gleich auf in ner Minute oder so. Ich gönne mir nur noch das braune Schaf. Ja, schon komplett. Ey, hier ist noch ein braunes Schaf. Aber jetzt das, was ich wollte. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und... Äh... Komm. Ciao. Heiz mal. Schön. Ich hab dir nicht erlaubt zu reden. So. Nöööö, ich zeig dich an. Das ist gegen die Community-Richtlinien auf Youtube. Also ich hab jetzt deine Blöcke hier. Äh, echt? Was willst du denn tauschen? Ja, gegen Diamanten. Nein, ich geb keine Diamanten dafür. Dann kriegst du die auch nicht. Ciao!